Hi Leute, seid gesegnet im Namen des Herrn Jesus Christus. Ich möchte euch heute nochmal das Zeugnis von Matt Botsford über seine Nahtoderfahrung zeigen, da es ein sehr authentisches und bedeutsames Zeugnis ist. Dieses Video ist sozusagen eine Auskoppelung eines längeren Videos, in dem es über Nahtoderfahrung im Allgemeinen geht. Ich blende euch den Link zu dem Video jetzt hier ein und ich empfehle wirklich, dieses Video auch anzusehen, denn es enthält wichtige Informationen, dazu, wie eine Nahtoderfahrung zu bewerten ist, also was es bedeutet, wenn ein Mensch entweder Licht oder Finsternis in seinem Nahtoderlebnis sieht. Denn eine positive Nahtoderfahrung mit Empfindungen von Frieden, Geborgenheit und Liebe bedeutet nicht, dass die Erlebnisse nach dem endgültigen Tod ebenfalls positiv sein müssen, wie in dem Video bewiesen wird. Wir sprechen von einer Nahtoderfahrung, wenn ein Mensch stirbt, also wenn sein Herz aufhört zu schlagen und er dann wieder zurück ins Leben kommt. Menschen berichten dann davon, dass sie aus dem eigenen Körper gegangen sind und ihren Körper von außen sehen konnten. Darüber hinaus berichten sie von verschiedenen Ereignissen, die man grob in zwei Kategorien einteilen kann. Nämlich die eine Gruppe sieht helles Licht und manche sehen auch einen Tunnel, an dessen Ende Licht ist. Manche gehen auch durch diesen Tunnel und sehen am anderen Ende verstorbene Angehörige. Teilweise auch verstorbene Freunde oder engelhafte Wesen, die ihnen sagen, dass sie nochmal zurück auf die Erde gehen müssten, da es noch nicht ihre Zeit ist. Die andere Gruppe sieht kein Licht, sondern Finsternis, teilweise auch Feuer und schreckliche Kreaturen. Manche spüren enorme Hitze. Die Erfahrungen der ersten Kategorie sind mit Wohlbefinden, Gefühlen der Liebe und des Friedens verbunden, die der zweiten Kategorie mit genau dem Gegenteil, nämlich Gefühlen der Angst, Einsamkeit und Qual. Kommen wir damit zum Zeugnis von Matthew Botsford, über seinen Tod und das, was er während seines Todes erlebt hat. Matthew gehört zur zweiten Gruppe derer, die eine negative Nahtoderfahrung gemacht haben. Denn er sah Finsternis, er sah Feuer und er erlebte Höllenqualen. Was er während der Zeit seines Todes gesehen hat, beschreibt er als Hölle. Und was er erlebt hat, war unvorstellbarer Horror. Dies ist ein Bericht seines Zeugnisses, das er in verschiedenen Interviews gegeben hat. Auf dem Bild hier, das ist Matthew und seine Frau. Er hat auch ein Buch über sein Nahtoderlebnis geschrieben. Es trägt den Titel A Day in Hell, Ein Tag in der Hölle. Vor seinem Nahtoderlebnis war Matthew eine Art Atheist, wie es viele heute sind. Er hatte eine nebulöse Vorstellung von Gott, sozusagen von einer höheren Macht, keinen echten Glauben. Und er hat sich auch nicht darum gekümmert, was Gott von ihm möglicherweise erwarten könnte. Friemer hatte sich ausschließlich um seine eigenen Dinge gekümmert, die ihm Spaß machten. Aber dann geschah es. 1992 war Matt infolge einer Schussverletzung in den Kopf verstorben und kurze Zeit später wieder reanimiert worden. Die Kugel traf ihn, als er und seine zwei Freunde ein Restaurant verließen, genau in dem Moment, als mehrere Personen mit Waffen auf den Eingang des Restaurants schossen. Die Angreifer waren kurz zuvor aus dem Restaurant verwiesen worden und wollten dies nicht auf sich sitzen lassen. Daher gingen sie zu ihrem Auto, holten sich Waffen und eröffneten damit kurz Zeit später das Feuer auf das Restaurant. Matthew verstarb an Ort und Stelle. Nachdem er minutenlang tot war, konnten ihn Rettungssanitäter wiederbeleben. Matthew hat an den Tatergang so gut wie keine Erinnerung mehr. Dafür erinnert er sich aber umso genauer an die Vorgänge, die er erlebt hat, während er tot war. Diese Erlebnisse schilderte Matthew später nach einer langen Genesungsphase in Interviews. Er sagte, ich fühlte einen starken Schmerz in meinem Kopf und dann wurde alles schwarz. Das nächste, was ich sah, war, dass ich gekreuzigt über einen tiefen Abgrund hing. Ich konnte mich nicht befreien. Die Kreuzigung war ein direktes Verspotten von dem, was Jesus für uns getan hat. Ich sah Rauch aus dem Abgrund aufsteigen, über dem ich hing und ich hörte all diese schrecklichen Schreie. Ich möchte allen sagen, dass die Hölle echt ist. Was ich erlebt habe, war absolut echt. Ich wusste, dass ich vollkommen allein und isoliert war. Es gibt nichts Vergleichbares zu dem, was ich dort erlebt habe. Man ist völlig kraftlos und es ist ein Zustand völliger Hoffnungslosigkeit. Ich war umgeben vom reinen Bösen. Es war so, als würde man in ein flüssiges Bad aus reinem Bösen steigen. Das Böse umgibt einen vollständig und es gibt keinen Ausweg. Als ich in den Abgrund schaute, sah ich, wie die Magma unter mir kochte und der Rauch zu mir aufstieg. Und ich sah vierbeinige Kreaturen herumlaufen. Es war sehr heiß und es waren dämonische Kreaturen überall um mich herum. Sie sahen schrecklich aus. Es war sehr dunkel, pechschwarz. Nur durch das Glühen des Magmas konnte man etwas sehen. Ich war vollkommen nackt. Die Lava floss unter mir zusammen und meine Füße wurden von ihr bedeckt. Ich sah, wie meine Füße in der Lava verbrannten und ich konnte den verbrannten Geruch riechen. Die Qual war furchtbar. Aber nachdem meine Füße verbrannt und weg waren, waren sie plötzlich wieder hergestellt und die Qual begann von Neuem. Es ist ein unaufhörlicher Kreislauf aus Folter und Qual. Ich kannte den Namen Jesus nicht und habe niemals gebetet. Daher habe ich den Namen des Herrn nicht angerufen. Plötzlich sah ich eine Gruppe dieser furchtbaren Kreaturen auf mich zukommen. Zuerst sah ich nur Augen und ich hörte, wie sie mich verspotteten. Sie wussten Dinge von mir, die ich getan hatte, wie zum Beispiel unreine Filme ansehen. Dann begannen sie mich bei lebendigem Leib aufzufressen. Sie hatten sehr lange Krallen. Sie rissen mir damit das Fleisch von den Knochen und fraßen es. Die Schmerzen waren unerträglich. Aber ich starb nicht, sondern nach einer Weile war das Fleisch wieder an meinem Körper zurück und sie begannen von Neuem mir das Fleisch von den Knochen zu fressen. Es war ein unvorstellbarer Horror. Ich schrie jetzt genauso wie die anderen Menschen und ich konnte es nicht aushalten. In dieser ganzen Zeit in der Hölle, die mir ewig vorkam, hatte ich weder Gedanken an meine Vergangenheit noch über meine Zukunft. Das Einzige, was ich wusste, war, dass ich mich außerhalb der Zeit befand und diese Existenz in diesem Horror jetzt für immer und ewig ist. Mir war auf einmal klar, dass ich in ewiger Qual und Folter gefangen war und ich nicht mehr daraus entkommen konnte. Ich war wie gelähmt vor Angst. Ich habe mich auch nicht gefragt, warum ich hier bin. Aber dann sah ich plötzlich eine Hand von außen in diese Finsternis hineingreifen. So, als ob eine Hand durch einen Vorhang greift. Die Hand war riesig. Die Hand bewegte sich in meine Richtung. Etwas in mir sagte mir, dass dies etwas Gutes war. Und dann hörte ich eine Stimme. Ich habe nie zuvor so eine Stimme gehört. Sie klang wie Donner, Blitz, rauschendes, gewaltiges Wasser. Alles in einem. Ich hörte diese Stimme sprechen. Es ist nicht deine Zeit. In diesem Moment verließ ich den furchtbaren Ort und alles Böse war verschwunden. Mein Gefühl von Gefangensein und für immer gequält zu werden, war weg. Es war die Hand und die Stimme Gottes, des Herrn Jesus Christus, der mich aus diesem furchtbaren Ort gerettet hat. Ich wachte in einem Krankenzimmer auf und sah meinen Bruder und meine Frau. Was ich gesehen habe, war absolut real. Wenn wir sterben, gibt es für uns nur zwei mögliche Orte, an denen wir die Ewigkeit verbringen. Himmel oder Hölle. Ich habe die Hölle erlebt und ich möchte jeden warnen, geht nicht dorthin. Dieser Ort ist nicht für Menschen gemacht. Tut alles, um diesen Ort zu vermeiden. Bekehrt euch zum Herrn Jesus Christus, unserem einzigen Retter vor den ewigen Höllenqualen. Gott segne euch!